Grüß dich, ich hab hier Ohrenklick. Kacke! Wollte schon sagen, das schließt gleich. Wollt ihr jetzt gar nichts bessern? Wow, nice! Ich bin noch Fuß gehabt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ach, ich hab auch mehr Boosten, stimmt's? Das war jetzt... Ich bleib mal hinten. Ich bleib mal hinten. Klingt zwar eh nicht viel, aber auch gut. Ich wusste es. Ich muss das. Was denn? Alles gut! Hab ich! Da ist ja die Ohrenklick! Da ist ja die Ohrenklick! Echt, ja? Auch aufs Tor? Nicht unbedingt! Na, guck mal! Schön! Nein! Oh, war das schlecht! Ja komm, den krieg ich eh nicht mehr! War das schlecht! Komplett offener Tor! Nein! 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 Ja, was ist denn das auch? Ah! Es ist schön! Die Ohrenklick! Schade Trotzdem 5 Paraden schon Ich hab trotzdem schon 0 Noch keine 100 Punkte Immer dann verkacken Nice 200 Punkte 200 Boge Oh, jetzt kann der sich nicht liegen lassen Hey, oh scheiße, Verbindung schon wieder Kacke Ich hab schon wieder Kacke Möööööööööööööööööööö Das machst du Hab ich Ist du überhaupt noch da? Nein. Nein. Verdammt. Irgendwie denke ich jetzt in die Bütze. Hab ich. Oh. Ich kriege den. Oh oh. Oh. Oh man. Das war nicht gut von dir. War nicht gut von dir. So such du. Was machst du? Gar nichts. 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 Man, die spielen alle nicht mehr gerade aufs Tor. Das ist doch scheiße. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Bist. Bist. Das war mal ein Pass, ey. Das war mal ein Pass, ey. Na, komm. Trick! Trick! Ich hab'n. Schön! Hat's damit nur nicht klappt. Damit können wir so auch keiner rechnen, ne? Aber, äh, ja. Ja, ja! Doberste ??? Ja, ja, ja! asia Machste? 2 Jawoll, ja Ich darf doch mal Du fragst gar nicht vorher Scheiße Ich hab doch gefragt, ich darf doch mal Fragezeichen, Ausrufezeichen Schön Puh Du bist auf jeden Fall vorbeigesiegelt Nein Doch Niemals Weil ich hab mir abgewehrt Ja, aber ich war noch kurz vorher dran So ganz bisschen Jetzt verwirrt die geht hier los Hab ich Kommt aufs Tor Schade Ach, können wir mal nehmen Hab ich Hab ich Ne Ne Und, hast du dir mal Gönnergy gekauft? Ach, von dem Gönnergy Von Monte Das kenn ich nicht Achso, von dem Monte Ich dachte jetzt an den Pudding Ich dachte jetzt an den Pudding Ne Na Monte Achso Naja, ich hab ja gesagt Gönnergy erst und von Monte Oh oh Verkackst Nicht Du hast ihn wahrscheinlich gleich wieder gekauft, oder? Nö Ich hau mir ein wenig, weil Energy ist nicht so mein Ding Aber der Tropical soll ja gut schmecken Aber da ist kein Zucker drin Und ich bin ein Zuckerfreund Kannst du nachgeben Alles ohne Zucker bin ich Ja stimmt Alles ohne Zucker bin ich immer skeptisch Nein, ich hab gar keinen Bock drauf Ja, stimmt Ja, stimmt Helfen wir denen Jo Das ging easy Tja, muss ich jetzt ins Hauptmeni, oder nicht? Wir können nur gucken Nein, ich kann nur gucken Ich hab doch nicht mitgezählt Ach verdammt Müsstest du eigentlich, oder? Müsstest du eigentlich, oder? Müsstest du eigentlich, oder?